Willkommen zurück, eine neue Folge Pokémon GO! Und es ist soweit, die Einladungen sind raus für den ersten X-Raid, seit es Mewtwo nicht mehr gibt. Im X-Raid zumindest. Und seitdem die Joxys der neue X-Raid-Boss ist. Wie ihr seht, habe ich hier natürlich zwei Einladungen. Und zwar habe ich sogar noch eine Einladung bekommen von jemandem, der mich eingeladen hat. Gerade am 2. Oktober, 18 Uhr bis 18.45 Uhr, habe ich eine Einladung bekommen von typisch Andy. Da werde ich also hingehen, obwohl ich da selber eigentlich noch nie einen Raid gemacht habe. Und finde ich richtig cool, dass er mir da eine Einladung geschickt hat, dass ich da teilnehmen kann. Und das ist ja jetzt natürlich neu, dass man X-Raid-Pässe auch teilen kann. Und ich selber habe natürlich für die Brücke der Technik einen bekommen. Auch am 2. Oktober, 16.30 Uhr und eben diese neue Funktion, Leute einzuladen, wollen wir jetzt nutzen. Und mal jemanden einladen. Ihr seht natürlich dann aufgelistet eure Hüberfreunde. Das sind also jemand, der Hüberfreunde ist oder bester Freund, kann eingeladen werden. Dann haben wir hier eine ganze Liste drin. 64 Leute wären das. Und wir laden jetzt einfach mal ein, den, wo haben wir ihn? Müssen wir noch ein Stück runter, noch ein Stück, noch ein Stück. Den Philippone. Hello darkness my old friend. Denn der hat leider keine Einladung bekommen. Möchtest du Philippone zu deinem, ach, zu diesem X-Raid einladen? Kann nur einmal gesendet werden, auch wenn dein Freund ablehnt. Ok. Zack. Jetzt wird die Einladung verschickt. X-Raid Pass für Arenabrücke. Der Technik wurde an Philippone gesendet. Boom. Es steht sogar jetzt hier unten drunter natürlich. Du hast Philippone eingeladen. Und richtig coole Sache auf jeden Fall. Wenn ihr vier Leute seid nur, könnt ihr natürlich nochmal vier Leute dazu holen. Dann seid ihr acht Leute. Und zu acht wird man das sicherlich locker schaffen. Und apropos vier Leute und acht Leute, werden wir nochmal drei Leute einladen. Ja, wie der Ramses das wieder macht, das ist sehr geheimnisvoll. Aber dafür melde ich mich gleich zurück. So, als zweites laden wir ein, wo haben wir sie stehen? Wie heißt sie denn? Jetzt habe ich den Namen total vergessen. Ach so, da ist es ja bei N. Als zweites haben wir Neko204. Die bekommt auch eine Einladung. Möchtest du einladen? Okay. Geht raus. Bäm. Einladung wurde verschickt. An Neko204 ist also auch mit dabei. Du hast Neko eingeladen. Glückwunsch. Super, Sani. Neko übrigens meine Cousine. Und die ist natürlich herzlichst eingeladen. Weil die kann sonst glaube ich gar keinen X-Rate machen. Weil da ist immer nicht so viel los bei denen. Deswegen lade ich sie hier ein. Also die muss da nicht außen vor bleiben. Weiter geht es aber mit dem Dicken Iswo. Der darf nämlich auch nicht fehlen. Den suchen wir auch mal hier. Genau. Elisa Huhn. Und Elisa Huhn bekommt natürlich auch eine Einladung. Die Dicken kommen. Der bleibt auch nicht außen vor. Einladung verschickt. Wunderbar. Du hast Elisa Huhn eingeladen. Glückwunsch. Eifersoft. Und der letzte den wir einladen. Den kennt ihr auch. Vom Lava Dost Day. Beziehungsweise die, die aufgepasst haben. Und sich das angeschaut haben. Und das ist der Black Scar Wolf. Wolf? A.K.A. Thomas. Ja. Der war da auf jeden Fall mit dabei. Der hat sich auch da vorgestellt. Und der bekommt auch noch eine X-Rate Einladung für die Brücke. Einladung verschickt. Du hast Black Scar Wolf eingeladen. Glückwunsch. Iver Milt. Bam. Das war's also. Wir haben also jetzt die... Ja. Wir haben vier Einladungen bekommen. Wir haben vier Leute noch dazu eingeladen. Wir haben die Pässe sinnvoll genutzt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine Einladung bekommen? Und habt ihr Leute eingeladen? Oder seid ihr egoistisch und behaltet den Pass für euch? Das ist natürlich wichtig. Also ich würde immer, wenn ich eine habe, irgendjemand noch dazu holen. Weil ihr habt keinen Nachteil dadurch. Je mehr Leute, desto besser. Auf jeden Fall. Je mehr Leute, desto mehr Spaß auch. Und darum soll es ja gehen. In der Gruppe, in der Gemeinschaft, hin und her. Ego-Gänge sind einfach nichts. Und deshalb ladet fleißig eure Leute ein. Schreibt's mal drunter, ob ihr auch jemanden eingeladen habt. Und wen ihr eingeladen habt. Wonach ihr euch da richtet. Wen ihr einladet und wen nicht. Ihr habt ja nun gesehen, dass man also wirklich eine große Auswahl hatte. Also auf dem Eiferscharf 64 Leute oder so. Und sich da einen nur aussuchen. Dass die anderen nicht alle dann sagen, du dummes Arsch, warum hast du mich nicht genommen? Aber so ist das Leben halt nun mal. Vier Leute also eingeladen. Der X-Raid kann kommen. Wir freuen uns schon natürlich. Wieder mal frischen Wind reinzubringen. Und ja, das war's also für diese Folge. Wir sehen uns dann bei anderen tollen Abenteuern. Oder spätestens zum X-Raid wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.